Musik So jo, was geht da, Black Ops Start und herzlich willkommen, Jungs, zu einem weiteren Black Ops 2. Live kommt Harry, heute sind wir unterwegs in Herrschaft auf Nuketown mit der An-94 und der 6, 5, 4, 3. So, Jungs, heute mit Drohne, Orbit und MP und Herrschaft, was heißt es natürlich heute, auf die Triple Nuklear, auf die ihr schon so lange wartet und euch so sehr gewünscht habt, dass ich nochmal drauf gehe. Heute ist es auf jeden Fall soweit. Ich hoffe, ihr freut euch. Gerade direkt gefällt, naja, scheiß drauf, Jungs. Ich werde auf jeden Fall jetzt alles dafür geben, dass ich nochmal hier richtig schön für euch auf die Triple Nuklear gehe. Brauche ich jetzt aber auch erstmal ein Orbit für, das ist ganz wichtig. Okay, bei B. Okay. Hey, da ist doch noch einer. Ey, bin ich dumm? Okay, Jungs, ich muss mich jetzt einfach mal richtig konzentrieren. Ich spiele jetzt schon ein bisschen länger. Ich muss mich jetzt echt mal konzentrieren, dass ich jetzt hier vernünftig spiele. Und nicht so dumm. Okay. So. Oh, fuck. Nice, Drohne raus. Okay. Boah, ich rutsche übelst vorm Stick, aber ich bin gerade übelst am sweaten, ey. Komm, B. Jawohl, Orbit. Oh, toll. Okay, perfekt. Ach, du Scheiße. Okay, wann kommen die? Wo kommen die, meine ich? Oh! Ey, ich hab doch... Ey, das ist doch nicht euer fucking Ernst, Mann. Ich, wozu hab ich denn Kugelweste dabei, wenn es mir eh nichts hilft? Das ist der größte Fail überhaupt, ne? Ich spiel extra mal Kugelweste und trotzdem sterbe ich dann wegen dieser Scheiße. Hätte ich genauso gut einfach mit drei Aufsätzen spielen können. Okay, ich brauch wieder Orbit. Geht doch mal weg, Teammates. Ich kann euch gerade echt nicht gebrauchen, ey. So, Drohne raus. Oh Gott. Nice. Stirb. Jawohl. Ey, Mann! Hey! Kommt schon, Alter! Ey, was ist das für ein scheiß Fail? Hey. Das hat mich komplett aus der Bahn geworfen, dass ich jetzt hier wirklich so dumm gestorben bin, wo ich eigentlich gar nicht sterben kann, Alter. Meine Güte, ey. Okay. Komm, ich muss noch einmal eine Streak aufbauen. Okay. Drohne. Kommt schon, Jungs. Wünscht mir Glück, ey. Ich spiel natürlich auch die größten Abfahr-Kack-Scheiße der Welt, ey. So. Oh shit. Boah. Ey, was mache ich hier? Ey, was... Was habe ich da gemacht, Alter? Ey, ich habe gerade wie der größte Random gespielt, Mann. Krass. Okay. Komm, nochmal Streaks aufbauen. Nice. Okay, ich habe wieder Streaks. Scheiße. Gut. Komm. Orbit. Jetzt nicht dumm sterben, Alter. Ja. Was geht da ab, ey? Krass. Krass. Nochmal Streaks rauspushen, ey. Fuck it. Kommt schon. Ich muss noch... EMP und sowas erreichen. Brutal. Okay, ich habe wieder Streaks. Nice. Nice. Ich glaube, ich habe Nuklear sogar klargemacht gerade. Oder? Habe ich sie erreicht? Fuck, ich weiß nicht, ob ich sie erreicht habe, Mann. Den Anfang wieder mal übelst gefällt, ne? Aber jetzt habt ihr gemerkt, am Ende habe ich mich richtig konzentriert. Dann läuft es auch. Am Anfang will ich einfach immer viel zu viel. Das ist leider bei mir so. Keine Ahnung. Und dann will ich unbedingt so schnell wie möglich die erste Nuklear machen. Dann fail ich einfach immer. Egal. 7, 40, 6. Erste Halbzeit kommt schon, Jungs. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Ich weiß nicht. Habe ich die Nuklear jetzt gemacht? Ich glaube nicht. Ich werde jetzt noch ein, zwei Kids machen. Und dann mich töten lassen. Und dann müsste ich eigentlich die Nuklear haben. Okay. Gucken. Nuklear. Jetzt habe ich sie. Geht doch. Okay, wo seid ihr? Hier, töte mich. Okay, gut. Let's go. Zur Triple Nuklear. Kommt schon. Richtig sweaten. Richtig Gas geben jetzt. Und vielleicht wird es sogar noch was. Auf Nuketown kann man immer richtig schnell die Nuklears klar machen. Okay, perfekt. Läuft schon mal gar nicht schlecht. Oh Gott, kamen da viele. Okay, nice. Spawn-Switch. Gar nicht gut. Ich hasse solche Spawn-Switches auf Nuketown. Okay. Hier hängt irgendwo einer. Oh, scheiße. Leicht gefail-aimt. Leicht viel. So, wieder Orbit raus. Oh, shit, ey. Oh, fuck it. Ich bin gerade eigentlich so im Beast-Mode. Es läuft gerade so gut eigentlich. Nice. Skrupellos. Kommt, 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 kommt. Pusht mich, Jungs. Pusht mich. Oh, scheiße. Habe ich Glück gehabt. Oh. Nein, ich sterbe, Mann. Ich sterbe. Egal, kommt, Jungs. Unnachgiebig habe ich gefailt. Oh, scheiße. Egal, weiter, komm. Vielleicht schaffe ich noch eine Double-Nuklear. Unnachgiebig gestorben. Komm. Ich werde jetzt unbedingt noch die Double-Nuklear schaffen. Kommt, Jungs, kommt. Ich muss mich noch mal pushen. Ich muss mich unbedingt noch mal pushen. Pushen, dass man sich pusht, ist das Wichtigste. Man kann alles noch mal schaffen. Und wenigstens noch eine Streak aufbauen. Das geht immer. Kommt, Jungs. Ich hau mal EMP raus. Oh, shit, ey. Nice. Der ist tot. Zack. Fuck. Fuck. Ach, du Scheiße. Guckt euch den an, der die ganze Zeit neift, Mann. Er ist so schlimm. Ey. Wo schieße ich denn manchmal hin, Mann? Ist echt nicht mehr lustig, ey. Oh, Hunter-Killer. Wieder Skrupulos. Nice, Mann. Okay, Orbit raus. Unnachgiebig schon wieder. Komm. Pusht mich. Pusht mich, Jungs. Oh, shit. Boah, fuck. Fuck, fuck, fuck. Fuck, Alter. War das knapp. Brutal. Nice. Kommt, Jungs, kommt, Jungs. Komm, wann hab ich die Double? Double-Nuklear. Eine Minute noch. Eine Minute noch. Töte mich. 99,9. Komm, Jungs. Eine Minute noch. Wenn das jetzt so eine Minute nuklear werden würde. Oh, mein Gott. Ich werde alles tun. Ich werde alles tun, Jungs. Alles. Ich werde alles für euch tun, dass ich hier nochmal Spannung reinbringe. Kommt, Jungs. 50 Sekunden. Ich werde alles für euch tun. Was? Oh, mein Gott. Fail. 103 zu 9, Jungs. 103 zu 9. Wäre ich dann nicht auf unnachgiebig gestorben, hätte ich die Triple. Ich hätte sie nochmal geschafft für euch. Verdammt, Alter. Schaffen wir die 3.500 Likes, dann gehe ich noch einmal. Noch einmal vor AdWords. Vorher werde ich dann nochmal auf die Triple-Nuklear gehen bei 3.500 Likes. Werde ich nochmal drauf gehen. Lasst alle eine Bewertung da. Schreibt ein nettes Kommentar. Und das war's von mir. Habt noch einen schönen Tag und haut rein. Ey, das gibt's nicht. Ich hätte die nochmal geschafft. Verdammte Scheiße. Warum sterbe ich dabei unnachgiebig? Egal, Jungs. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Ihr wisst was zu tun. Schreibt ein nettes Kommentar. Habt noch einen schönen Tag und haut rein, Jungs.